Hirka blieb gegen die Wand gelehnt, stehen und atmete. Die Angst steckte ihr noch immer kalt in den Knochen, wollte nicht nachlassen. Sie erinnerte sich an die Kerkerschächte in Eiswaldre, an den Mann, der sie mit Gewalt nehmen wollte. Damals bestand kein Zweifel, worauf er aus war. Jetzt hatte sie nicht den geringsten Schimmer, was ablief. Das war Schlimmer. Sie wusste nichts. Und in einer ganz neuen Welt war alles möglich. Absolut alles. Sie rutschte an der Wand hinab, sank auf den nassen Asphalt. Die Kekspackung lag vor ihr. An einem Ende plattgetrampelt. Der Geruch von saurer Milch sickerte aus dem Container zu ihr hinunter. Sie wollte nach Hause. Wollte einfach nur nach Hause. Nach Ümsland. Nach Elverroa. Zu Vater. Vater. Vater ist tot. Die Hütte ist abgebrannt. Es ist vorbei. Warum war sie hergekommen? Sie gehörte hier nicht her. Sie hasste diesen Ort. Hasste ihn. Das Licht, die Gerüche, die Geräusche, den vielen Lärm. Und trotzdem war alles tot. Ein Ort ohne Gabe. Eine kalte Welt voll fürchterlichem Leben. Eine kalte Weltgempfung. Er LeIch. Mich Geräusche. Er Putin. Es ist ihm ein Middler.